Was kaufen wir noch an der Versuch? Das wollte ich dich gerade auch fragen. Okay, sie kaufen immer noch Gel Force-Scheibe. Aber bei Yon sich auch öfter Heilbreaker in letzter Zeit. Okay, wäre aber ziemlich toxisch von mir das zu nehmen. Boah, ich bin so bad. Weg mit dem erstmal. Und mit dem halt ich Eivon und nicht durch. Junge! Was sind das für Pisssteine hier? Ich hoffe, ich krieg die für Tempel. Mein Schirm ist unplayable ohne. Bisschen nervig, dass sie einen AD Carry Pick mit durch Windwall durchschießen kann. Ja, true. Äh, gut gemacht, I guess. Fand ich von dir auch. Zum Beispiel, dass du von mir rausgeworfen wurdest. Hm, AD scale mit Attack-Speed. Also ich hab Brutalizer, oder ich könnte halt den Extendo-Arm begonnen. Okay, der Arm. Na gut. Aber Extendo-Abend? Ja. Aber komplett woanders hin. Ja, hinter die Wand, wie sich's gehört. Ich bin großgeschwächtlich. Aber es ist nichts gemacht, die ganze Runde. Hahaha. Er hat relativ schnell 800 Schaden von Urgoth bekommen. Komm, Extendo-Arm. Hahaha. Ähm, war ein Ruders? Was ist noch ein Lockup? Hi! Hahaha. Hahaha. Okay, kleine Snack. Oh. Ich dachte wirklich, dass der hier irgendwie noch ist, aber die Pflanze ist ja schon wieder respawned. Wir sind beide einfach großartig, glaub ich. Hahaha. Ich hab ungefähr dreimal nicht geultet, als ich konnte. Ich hab selten besser performt. Und du hast zwei Ultis gemischt. Ne, die eine hat gehittet. Wen denn? Kassanso. Oh, Senna Scope Weapons, war ein gutes. Wir werden sie nie wieder erreichen. Außer man Extendo-Arm gönnt. Ich freu mich schon richtig auf 2 Millionen Range Senna. Hapchi! Er gönnt tatsächlich! Let's go! Hahaha. Außer man Extendo-Arm gönnt, sag ich immer. Ähm. Unfassbar, wirklich. Ich hab's hier so an Haken genommen. Dann können wir mal face rush. Mhm. Ich auch. Oh nein! Alka, hab ich in der Kanone gesagt. Let's go! Das wächst, ach so. Okay, das ist wirklich direkt eins. Mit Extendo-Arm freue ich mich nicht. Perfekt, ist nicht jemand gekommen. Hahaha. Er hat nur mich getrollt, alles gut. Oh, das war schon mal nackt. Scheiße. Ja, jetzt kann er leider um die Pflanze oben spielen. Aber wir können um die unten spielen. Oh, nee, ich bin tot. Oh, nee, ich bin tot. Und da hast du nicht so Bock drauf. Na, ich wollte die töten. Oh, schade. Ja, das Gefühl, dass wir die nicht so gut down kriegen. Warte mal, die danach ist, oder? Ja, ja, ich warte auf dein Knock-up. Mhm. Und mir war jetzt danach und es hat sich nicht so gut angefühlt. Haha. Geh kurz heilen. Ich bin kurz tot. Hm. Ich konnte mich drei Sekunden nicht bewegen. Das hat ihm auch gereicht. Ah. Was? Hast du Geld fast schon mal benutzt? Nein. Ah. Und wir dürfen wieder gegen die, die wir noch nie besiegt haben. Ja, das gibt für alles ein erstes Mal. Sorry, Marc. Du sagst, ich kann Crit-Chance hier overstacken? Ja. Gibt in dem Arena Bob zumindest drin. Okay. Ah, die overstacken weiß ich nicht. Einfach generell gibt's halt mehr, ne? Ja. Ich glaube, der hat mich am Haken. Gewinnen wir? Sie haben mich gesandt. Wir gewinnen. Alles gut. Ja, ich konnte mich... Achso, ich habe auch Geld vor. Oh. Hahaha. Ich bin schon mega hyped, dass wir schon wieder gegen Vladimir. Ich glaube, alle dürfen noch nie verloren haben. Ja. Geh mal nicht so spät rein, bitte. Haha. Okay. Perfekt. Extend to grab? Nein, die Hunde haben mich. Ja, mich auch. Hahaha. Äh. Ich wollte hier gar nicht hin, tatsächlich. Geh mal wieder. Äh. Ja, du hast hier alles gut. Hahaha. Wie geplant. Hahaha. Was ist passiert? Oh, rennt einmal eigentlich 4.000. Keine Ahnung. Das ist doch ein Ding von ihm. Naja, gegen die Wand macht er nichts. Stark. Sind noch drin. Hm. Zwei Team sind raus. Wir sind Zweiter. Ich fass es nicht. Darauf erstmal einen Hut. Was? Wir brauchen Damage. Wir müssen gewinnen. Ich hole mir alle Pots. Ja, ich habe doch zwei Damage Pots. Okay. Jetzt habe ich einen Hut auf meinem Hut. Aber gegen die können wir nicht gewinnen, Bello. Ne, es ist unmöglich. Ich weiß wirklich nicht, wie wir gegen die gewinnen können. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir müssen Wladimir machen. Wohl oder übel. Hab ich eingesperrt. Ah, ich bin tot. One. Er lässt ja auch One V Two machen. 3.500 hat er mir gezogen. Er hat gerade 2.000 gehalten und damit 1.400 gezogen. Was? Äh. Hä? Ja, ich habe mir ein bisschen broken im Hose, glaube ich. Ja, das Gefühl habe ich irgendwie auch.